Frequenzen unter 80 Hertz haben, nix im Stereo-Panorama zu suchen. Aber wie zum Teufel soll man denn dann dafür sorgen, dass sein Bass im Mix größer wirkt und nicht nur stumpf Mono aus der Mitte rauskommt? Ich zeige dir heute einen ganz einfachen Trick, mit dem du deinen Bass größer wirken lassen kannst, ohne die unter 80 Hertz muss alles Mono sein, Marke zu reißen. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die großen im Radio. Und tatsächlich ist es hilfreich, wenn man im Mix dafür sorgt, dass die Bassfrequenzen, also unterhalb von 100 oder sogar 80 Hertz, möglichst Mono im Mix erscheinen, damit man einen schönen, druckvollen und fetten Bass hat. Warum? Ist ganz einfach, wenn etwas Mono erklingt, dann kommt es zu gleichen Teilen aus beiden Boxen des Stereo-Panoramas heraus. Und wenn wir uns die Box mal hier hinten angucken, da ist eine fette Pappe. Wenn die natürlich auf beiden Seiten gleichzeitig arbeitet, dann kriegt man auch einen schönen, fetten Bass hin. Aber natürlich kann man den Bass auch hin und wieder mal mit einem fetten Bassteppich schön modulieren lassen zwischen den beiden Speakern, überhaupt kein Problem. Das bricht dann so ein kleines bisschen die Regel. Aber wenn du einen druckvollen oder groovigen Bass für deinen Beat oder für die Rockmusik oder die Popmusik haben möchtest, dann ist es doch hilfreich, wenn der Bass tatsächlich Mono unterhalb von 80 Hertz spielt und man einen schönen, druckvollen, fetten Sound bekommt. Aber wie soll man denn dann Räumlichkeit hinbekommen? Wie soll man einen etwas größeren Klangeindruck hinkriegen und dafür sorgen, dass der Bass eben nicht stumpf aus der Mitte kommt, sondern größer wirkt? Man hat es ja immer gerne larger than life. Dafür zeige ich dir heute zwei Wege, wie du das erreichen kannst und die gehen wir am besten gleich mal in der Session an, die hinter mir schon offen ist. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, dann drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal in die Session und schauen uns mal an, wie man einen räumlichen, größeren Charakter für sein Bassinstrument hinbekommen kann, ohne die Regel mit den 80 Hertz und in Mono und so weiter zu verletzen. Also los geht's! So, da sind wir schon in der Session und ich würde sagen, wir hören als erstes mal in das Beispiel rein, was ich vorbereitet habe. Ist der traditionelle Weihnachtssong, den ich mit meiner Tochter Selma jedes Jahr aufnehme. Und den habe ich veröffentlicht auf meinem Zweitkanal, auf meinem Musikkanal. Wenn du da Lust hast, mal reinzuhören, dann kann ich dir den mal hier oben verlinken. Kannst du mal reinschauen. Da erscheint auf jeden Fall jedes Jahr ein Weihnachtssong. Und dieses Jahr ist es dies, wovon du jetzt diesen Ausschnitt hörst. Doch wenn ich dann nichts höre, ist es außen vorbei. Danke, lieber Schneemann. Danke, lieber Schneemann. Ach, danke, lieber Schneemann. Danke, lieber Schneemann. Danke, lieber Schneemann. Ja, dann wäre es das gewesen mit der Weihnachtswünscherei. Oh. Ich kann mich fast kaum zusammenreißen, es ist so süß geworden. Auf jeden Fall, das ist das Beispiel, an dem wir das heute mal anschauen wollen, das ganze Ding. Und ich habe natürlich einen Bass eingespielt, den wir hier auch hören können. Den schalte ich mal auf Solo. Sehr drahtig, sehr knurrig. Das ist der rote, der bunte hier hinten, der Rickenbacker 4001. Klingt auch genauso, wie er soll. Und ich habe aber parallel nochmal die Spuren nochmal umgewandelt in eine, also die Drahtbass-Spur, die ich jetzt hier habe. Ich sage immer Drahtbass, weil da Drahtseiten drauf sind. Habe ich nochmal umgewandelt in eine MIDI-Datei, damit wir uns das Ganze auch am Beispiel von Samples anhören. Das ist hier dieser Markus-Miller-Bass hier von Native Instruments. Und dann habe ich nochmal einen Synthesizer vorbereitet, der klingt so. Ziemlich fett, ne? Aber wir hören uns das Ganze am besten am Beispiel erstmal von dem ganz normalen Bass, den ich aufgenommen habe, an. Und falls du dich dafür interessieren solltest, wie ich aus dieser Spur, die ich mit dem Drahtbass aufgenommen habe, eine MIDI-Spur gemacht habe, dann kann ich das gerne auch mal zeigen. Schreib einfach gerne Audio zu MIDI unten in die Kommentare rein. Und wenn da genügend Leute schreiben, machen wir einfach mal ein separates Video, in dem ich zeige, wie man aus so einer Audiospur, vor allem von einem monophonen Instrument, also von einem einstimmigen Instrument, eine schöne MIDI-Spur machen kann. Nicht nur in Logic, da gibt es sehr einfaches Mittel, sondern wie das dann auch in anderen DAWs funktioniert, wie das dann durchaus da machbar ist. Einige DAWs haben ja schon Mechanismen wie Logic davon an Bord. Andere brauchen dafür ein weiteres Plugin. Das kann ich dann gerne mal zeigen. So viel aber nur dazu. Wir wollen ja einen ziemlich räumlichen Eindruck haben, einen etwas größeren Basseindruck haben. Und dementsprechend ist dieser Bass natürlich stumpf, Mono in der Mitte. Der braucht also eine räumliche Komponente, ein breiteres Bild auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber gerade schon gesagt, Raum. Kann man da einfach einen Raum draufladen auf den Bass? Ich meine, dann müllt einem das doch wieder den kompletten Tiefenfrequenzbereich zu. Schauen wir mal, wie man das machen kann. Ich habe die Besse auf jeden Fall alle mal geroutet, hier, damit wir die gleich mal abwechselnd noch hören können, auf einen Bus. Der heißt Bass Komplett und der kommt hier zusammen. Da findet nichts drauf statt. Da ist nicht ein einziges Plugin drauf geladen. Aber wir schicken den Bass jetzt einfach mal von diesem Bus, schicken wir den einfach mal auf einen weiteren Bus. Und der heißt Bass Raum. Den habe ich schon vorbereitet. Der ist direkt daneben anzusiedeln. Und da ist auch nichts drauf. Aber Bass Raum verrät es jetzt schon, was mit diesem Bus passieren soll. Wir schicken das Signal einfach mal in ein Plugin. Und ich nehme hier mal von dem Nachbar-Bus, der hier ist, nehme ich mal das Ocean Way Plugin und schiebe das mal rüber. Und dann hören wir mal, wie das klingt, wenn wir den kompletten Bass durch einen Raum-Plugin schicken. Sehr räumlich tatsächlich. Das ist dieses Plugin hier von Universal Audio. Legende, wenn du mich fragst. Es gibt aber natürlich auch jede Menge andere Plugins, mit denen man einen räumlichen Eindruck machen kann. Aber es klingt schon sehr räumlich. Aber wir können uns mal die Frequenzverteilung im Stereo-Panorama eingucken. Ich mache mal hier das Adaptermetric AB an. Und da kannst du hier im unteren Bereich sehen, dass hier im Stereo-Panorama richtig starke Ausschläge sind. Mit anderen Worten, das Gegenteil ist jetzt von dem passiert, was wir eigentlich haben wollten. Wir wollten ja unterhalb von 80 jetzt eigentlich keine Frequenzen haben, die da rummüllen. Und um das auch sicherzustellen, ist es jetzt relativ einfach. Denn der Bus, auf dem das Raum-Plugin drauf ist, das diesen schönen räumlichen Charakter macht, das muss einfach nur so bearbeitet werden, dass da eben keine Bässe mehr drin sind. Entweder vor oder nach dem Raum-Plugin. Ich lade einfach mal vor dem Plugin einen Equalizer rein. Kannst du mal einen Equalizer, der hier mitgeliefert ist bei Logic. In deiner DRW wird es auch einen ganz normalen geben. Und da benutzen wir einfach mal einen Low-Cut und schneiden einfach mal ganz stumpf alles unterhalb von, sagen wir mal 300 Hertz, nagel mich nicht drauf fest, muss man mal gucken, was da am besten klingt. Schneiden wir einfach mal ab. Mit anderen Worten, das Signal, was in das Raum-Plugin reingeht, bekommt erst gar nicht irgendwelche Informationen unterhalb von 300 Hertz. Und man muss mal ein bisschen damit experimentieren, ob man diesen Low-Cut Equalizer, ob man den vor oder nach dem Raum-Plugin setzt. Ob man also dafür sorgt, wenn er vor dem Raum-Plugin ist, dass die tiefen Frequenzen erst gar nicht in diese Raumsimulation reinkommen. Oder ob man sagt, ich möchte diesen kompletten vollen Sound in meinem Raum drin haben und schneide die dann hinterher ab. Das wäre dann, wenn du den Low-Cut Equalizer dann hinter das Raum-Plugin platzierst. Ich mache es jetzt einfach mal davor und wir hören mal, wie das klingt. Da wird es dann schnell dünn. Low-Cut aus. Wieder an. Lassen wir es mal spielen und gucken mal, was jetzt im Stereo-Panorama stattfindet. Und da ist jetzt hier deutlich weniger los, wie du hier sehen kannst. Nur unterhalb von 60, 70 Hertz. Deutlich weniger los. Mit anderen Worten, die tiefen Frequenzen sind da nicht mehr so dabei. Und trotzdem haben wir diesen räumlichen Eindruck. Adapter wollte ich jetzt schon gerade sagen. Diesen räumlichen Eindruck. Denn wenn ich den Bass mal dazugebe, den Drahtpass, dann klingt es. Und da kann man jetzt nach Geschmack natürlich den Raum dazugeben. Mehr oder weniger. Macht man natürlich nicht Solo, sondern macht man den Mix. Ich mache mal den Gesang aus, damit wir uns hier komplett auf den Gesang konzentrieren, auf die Musik konzentrieren können. Ich mache das Solo mal aus. Das klingt dann so. Mal mehr Raum. Und die besten Effekte sind ja immer die, die man erst merkt, wenn sie weg sind. Mit anderen Worten, ich mache mal hier den Raum aus. War vielleicht zu kurz. Wir machen es nochmal von vorne. Und ich lasse ihn mal mit Raum laufen. Und habe den auch etwas überbetont hier. Der ist natürlich jetzt ein bisschen zu laut. Machen wir mal volle Pulle, damit man es wirklich gut hören kann. Und mache ihn dann mal aus. Und achte mal darauf, wie der Bass tatsächlich im Mono in sich zusammenfällt. Oder eben, wenn ich es anmache, dann wieder größer wird. Klingt so. Ein bisschen leiser, aber es passt schon. Also für meinen Geschmack ist es auf jeden Fall deutlich angenehmer, wenn der Bass ein kleines bisschen Rauminformationen dazu bekommt. Und sich im Prinzip im Mix dann auch ein bisschen besser integriert. Der Bass wirkt insgesamt größer, ohne dass die Bassfrequenzen jetzt überbetont werden. Der ist auch ein kleines bisschen lauter geworden. Natürlich, wir haben Signal dazugegeben. Aber das soll jetzt jemand den Braten nicht fett machen. Wir hören mal kurz solo nochmal, wie die anderen Bässe klingen, wenn man den Raum dazu gibt. Machen wir mal erstmal den normalen Sampler Bass, der ja im Prinzip genau das gleiche spielt, wie das, was ich eingespielt habe. Nur anderer Sound. Raum aus. Stumpf aus der Mitte. Kriegt einfach eine weitere Dimension hinzu. Und das gleiche natürlich dann auch beim Synthesizer. Mal gucken, wie deutlich es da wird, wenn wir den Synthi anmachen, solo mit dem Raum zusammen. Und ich lasse den Raum am Anfang wieder an und nehme ihn dann einmal weg und mache ihn dann wieder dazu. Also da ist es jetzt vielleicht Geschmackssache, aber es liegt vielleicht auch am Sound. Muss man also genau gucken, ob das dann genau passt. Wenn du jetzt aber sicher sein möchtest, dass auch durch diese Maßnahme, durch den Low Cut, den du gesetzt hast, entweder vor oder nach dem Raum, den du dazuregelst, dass trotzdem die letzten restlichen Frequenzen unten im tieferen Bassbereich eben nicht mehr zu hören sind, dann gibt es natürlich noch einen weiteren Schritt, den du einfügen kannst und der sich durchaus in jedem anderen Mix auch anbietet, egal ob du räumliche Informationen im Bass dazugibst. Und das ist einfach mit einer Art Monomaker, den gibt es hier zum Beispiel von Brainworks, den habe ich mal hier auf den Musikbus geladen, wo die komplette Musik zusammenkommt, dass du da mit dem Monomaker, das ist dieser Regler hier, den die Kollegen von Brainworks hier einbauen, dass du damit einfach sicherstellst, dass alles unterhalb von 80 Hertz tatsächlich auf Mono geregelt wird. Dass also wirklich, selbst wenn Stereoinformationen unter 80 Hertz da sein sollten, dass die eben hier nicht einfach mit ausgespielt werden, sondern dass die auf Mono geregelt werden und dann auch Mono sicher aus der Mitte kommen. Brauchst du aber natürlich nicht den Bigs Control zum Beispiel für, der ist nämlich kostenpflichtig, sondern Logic zum Beispiel hat hier diesen Direction Mixer eingebaut. Das ist ein Plugin, was da mit dabei ist und der hat hier auf der linken Seite diesen Split-Schalter. Wenn du den ausmachst, dann siehst du, dass du hier ungefähr die Stereo-Breite eingeben kannst. Also jetzt nicht hier, wo meine Maus ist, sondern hier bei dem Spread-Schalter, bei dem Aufbrechen, Auseinanderbreiten, ja Breiten heißt das glaube ich, Spread. Also mit dem Ausbreiten-Schalter hier kannst du einstellen, 1.0 ist 100% normale Stereo-Breite und wenn du den zurückschieben würdest auf 0, dann wäre das alles komplett Mono. Und mit dem Split hier auf der linken Seite kannst du dafür sorgen, dass es einen oberen und einen unteren Bereich gibt und zwar genau hier an dieser Crossover, an dieser Grenzfrequenz, die man hier einstellen kann. Zum Beispiel 80 Hertz, wie praktisch, wie beim Mono Maker gerade. 80 Hertz hier eingestellt, das heißt alles unterhalb von 80 Hertz kann separat im Stereo-Panorama beeinflusst werden. Hier mit Direction Low. Low ist alles unterhalb der Grenzfrequenz und High ist dann oberhalb der Grenzfrequenz. Das habe ich hier auf 100% gestellt, das heißt hier oberhalb von 80 Hertz ist hier 100% normale Stereo-Breite und hier darunter Spread Low ist auf 0. Man könnte das natürlich jetzt hier ein bisschen aufbrechen oder so, aber wir wollen ja den Mono Maker Effekt haben und dementsprechend wäre das dann hier, dass damit alle Frequenzen unterhalb der Grenzfrequenz, in diesem Fall 80 Hertz, dann tatsächlich Mono gemacht werden. Damit kann man auf jeden Fall sicherstellen, dass im Mix alles unterhalb von 80 oder sagen wir mal auch 100 Hertz, jetzt musst du mal rumexperimentieren, was bei dir am besten klingt, dass das alles Mono rauskommt und tatsächlich beide Speaker die Chance haben, möglichst druckvoll viel Bass über die große Pappe rauszuhauen. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen was gebracht. Ich würde mich freuen, wenn du mir mal deine Erfahrungen unten in die Kommentare reinschreibst, was du für Erfahrungen gemacht hast mit breiten Bessen, ob du voll drauf stehst oder ob dir das egal ist, dass die Bässe Mono sind oder Stereo, dass du einfach sagst, nee, wenn es gut klingt, dann gefällt es mir auch gut. Schreib mir gerne mal deine Erfahrungen, deine Präferenzen, deine Vorlieben unten in die Kommentare rein, dann können wir alle nochmal davon lernen. Vielleicht ist ja bei dir auch der ein oder andere Trick dabei, den wir noch nicht kennen und dann mache ich demnächst mal ein Video zu deinem Trick hier. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal viel Spaß beim Ausprobieren, viel Erfolg und hoffe, dass deine Mixe demnächst noch ein kleines bisschen besser klingen und wir sehen uns dann die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste, mach's gut und Yassu!